Ja, doch, die haben mir den Termin zugesichert. Übernächste Woche. Ich kann dich ja mal fragen, ob ich dir was mitbringen darf. Ja, deine Golfschläger, klar, nee, packe ich ein. Ich dich auch. Kuss. Hey. Moritz. Du, ich habe jetzt endlich einen Besuchstermin bei Joe. Übernächste Woche. Kannst du mich dann da hinfahren? Ja, klar. Hey, cool. Ja. Du, pass auf. Ich habe deinen Schwerbehindertenausweis an Siremias geschickt. Danke. Wie sieht so ein Behindertenausweis eigentlich aus? Wie ein Personalausweis. Nur ein grün und rosa. Mit einem Passfoto drauf und deinen Daten. Und irgendwelche Buchstaben. Was für Buchstaben? GHBL. Erheblich gehbehindert, hilflos, blind. Grad der Behinderung? 100 Prozent. Sehr sexy. Hey. Gut. Hallo alle Mitternomt. Hat euch das Video gefallen? Okay, doofe Frage wahrscheinlich schon. Na klar. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr ganz einfach hier klicken. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier klicken. Auf RTL Plus. Jederzeit. Was macht ihr denn immer noch da? Ich habe doch gesagt, hier klicken. Zu verstehen, ich werde daran nichts zu verstehen. Ich werde nichts zu sehen. interferes bei." Einschränk Unsinn!"